hallo liebe leute von heute heute mit dem hausbau nummer drei letzte hier bei game your life tv ich hoffe euch hat nummer zwei gefallen und hoffentlich wird euch auch nummer drei gefallen so wir sind stehen geblieben heute oder das letzte mal bei dem haus werden das letzte mal die wände alles gemacht etc und jetzt ein bisschen weg hier jetzt machen wir mal fenster und dann das dach hoffentlich schaffen wir das heute alles so haben wir das dann brauchen wir mal nutzen glas natürlich dann gehen wir erst mal machen wir glas hier ich habe mich wieder mal über eure positiven bewertungen auf mein zweites video gefreut wie immer wenn ich hoffe nummer drei wird euch genauso gefallen hoffentlich wird es auch nicht langweilig jetzt hier immer wieder haus bauen so und so aber hoffentlich sind wir hier zügig fertig das war unser nächstes projekt anfangen können da muss ich mal reingucken ob meine nächsten videos kommt auf das projekt drauf an aber die nicht mal länger als 10 15 minuten machen dass wir auch mal was gebaut kriegen in der zeit und es tut mir noch leid dass im hintergrund mein computer geräusche sind hier vom ventilator ich kann es leider nicht ändern es ist wie es ist es kürt wie es kürt ähm tut mir echt leid aber ich kann leider nichts dran ändern dann So, machen wir das. Ich arbeite momentan an einem neuen Intro-Video. Ich weiß nicht mehr, das Intro-Video, was ich im Moment benutze, gefällt mir nicht so prickelnd. Aber ich werde mal gucken, dass ich ein besseres hinbekomme. Äh, ja. Oh, wir haben den Truhen vergessen. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir das Dach machen wollen. So, wupsala. Ich bin runtergefahren. Der Abrutsch darf nochmal. Ach, eh. Ich weiß nicht, irgendwie ist heute nicht mein Tag. Dann komme ich irgendwie nicht auf die Wörter, die ich sagen möchte oder das passiert oder ich einfach einen Block woanders hinsetze. Irgendwas mal gucken, wie es weitergeht. Und müssen wir uns überlegen, wie wir das Dach machen wollen. Weil, ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das machen. So. Jetzt rüber ich jetzt schnell zur Küche. Okay. Ach, ist das nicht ein herrlicher Tag heute? Hier in der Minecraft-Welt. So, haben wir das. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das Dach machen wollen. Für so ein Haus, hm. Ich weiß nicht. Ist immer ziemlich schwer. Wir können es jetzt theoretisch so machen. Praktisch eigentlich auch. Aber dann müssen wir ja irgendwas hier mitmachen. Und das ist eine ziemlich große Fläche, um so ein Dach zu machen. Weil das Haus doch noch ziemlich klein ist. Da muss ich mir jetzt mal überlegen, was wir hier machen können. Hm. Was können wir machen? Wir können es so probieren. Mal gucken, wie das aussieht. So. So. Mal gucken, wie das aussieht hier. Ich weiß nicht, wie das wirklich hinhauen soll. Aber. Wir können ja mal probieren hier. Ha. Denn hier machen wir mal. So gesehen, wenn er in Schleife geht. In etwa. Mal was hinkriegen. Ohne, dass es Endeffekt dann aussieht wie eine scheiß Pyramide hier. Das habe ich schon mal gemacht. Und das sieht echt scheiße aus. Und das wollen wir nicht nochmal. Oder ich, auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, da drauf wird es Endeffekt auslaufen. Wenn wir das so machen. Verkehrt. So hier. Ach ja. Und wie geht es euch heute so? Das ist. Schön, dass es euch gut geht. Mir geht es auch gut. Ja. Ich kann nicht meckern. Ist ja heute blauer Himmel. Ne. Und hoffentlich noch Sonne ist da, ja. Und tut mir leid, dass es ein oder zwei Tage verspätet ist. Ich hatte ein bisschen Probleme mit meinem Upload hier. Mein Internet ging nicht so wirklich. Und ja. Tut mir auf jeden Fall leid. Ich glaube, wir sollten uns mal ein Pferd anlegen. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie Bock auf Pferd. Auf ein Pferd anlegen. Ein bisschen durch die Gegend reiten und so. Wenn wir uns ein schönes, schnuckeliges Hauswertes haben. Das leckt voll heute. Das nervt. Ich weiß aber nicht, wieso. Bei mir läuft alles eigentlich rund. Upsala. Ich weiß nicht. Also im Endeffekt ist es ja ausgelaufen auf eine Pyramide. Aber ich glaube, allzu schlimm sieht es nicht aus. Dann benutzen wir, ich benutze mal ganz gerne die. Dann machen wir das. So. Eine Sekunde. Ich muss irgendwie den Leck mal hier reparieren. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Dann machen wir das. So, wir sind wieder da und ja, es sieht aus, wie ob sich die Lecksituation jetzt ein bisschen beruhigt hat, hoffen wir mal, das hat mich echt genärzt, kann so nicht spielen. Das macht mir keinen Spaß, das nervt mich genauso, ne, wenn das System sich denkt, komm, wir drehen den Block einfach mal um, ja, wieso nicht, ne, ja, haben ja alle Zeit der Welt, ich sehe es, glaube, es ist kommen, dass wir das Dach heute nicht mehr zusammen schaffen, das wäre echt doof, aber eh, aber, hey, nicht weinen, ja, du, nein, hey, nicht weinen, keine Sorge, ich bin dann in zwei Tagen wieder da, in zwei Tagen bauen wir dann zusammen weiter, aber noch ist es ja noch nicht Zeit zu gehen, noch ist es nicht Zeit für mich, das Video aufzuhören, also, nicht weinen, nein, gut, Ich habe gesagt, nicht weinen, ist alles okay, willst du ein Lolli? Hier ein Lolli, so, ein Lollipop, hier so, hier Coca-Cola und so, ich glaube, das war mein Lieblings-Lolli, wo ich klein war, So, mal gucken. Wir müssen Da, der dann da, der da, der da, Ups Mann, ey Der ist aber auch sehr empfindlich, wenn man irgendwie hier irgendwas groß schreibt oder so, ne, Können sie ja mal ein bisschen neutraler machen, kann ja mal passieren, da, dass hier mal einer groß schreibt, aber, dass man hier dann direkt, weißt du, da steht da, unknown comment kommt, hört sich ja direkt wieder so aggressiv an, kriegt man ja direkt Angst hier Oh, ich glaube, das da wird gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte, mal belegen, vielleicht ein Schornstein noch, Kann man mal überlegen, ne, also, wieso auch nicht, so, hier so einen kleinen schnuckeligen, ähm, Ofen, so, im Wohnzimmer oder so Ja, das hat mir auch noch jetzt gefehlt, so Und, ich hab noch was vergessen zu sagen, wir haben uns sehr gefreut über die ganzen, ähm, Abonnenten, hier, oder wie auch immer man das sagt, die ganzen Abos, ach, keine Ahnung, deutsche Sprache, schwere Sprache, ähm, Ja, wir haben uns auf jeden Fall drüber gefreut Ja, haben wir Ja, so So, so, so La, 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 la Is Ja, Ja Ja, Ja, vier Ja, 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 , Tralala, Tralalu Jo, wieso nicht, ne? Links das Dach, dass es von vorne aussieht, wie ob es fertig wäre Ja, also es sieht aus, wie ob wir das Dach geschafft hätten Haben wir aber leider noch nicht Weil von hinten ist es noch nicht fertig Aber leider ist die Zeit rum für heute Es hat mich mal wieder gefreut, ein Video für euch Leute von heute zu machen Und das nächste Video kommt in zwei Tagen Ich hoffe, es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal